Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben... Alle das gemacht! Leute! Ja, okay. Es hat so gut gepasst, ey. Es hat so gut gepasst, Nico. Stimmt, kannst du es klippen. Jo, ist... Sieht gefährlich aus, also wird es schon richtig sein. Ah, ach, will ich gefallen. Sehr gut. Ich habe das, hier kann man sich relativ schnell wirbeln. What's that, bitches? I don't know, bitch. Stirbst du? Lol. Der Raid an sich hat anscheinend noch nicht angefangen, so wurde es ja noch nicht angezeigt. Äh, ich sehe nichts mehr. Oh, da ist er runtergegangen. Was passiert das? Oh, 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 oh. Ich gehe da auch mal. Alter, ich bin fast tot. Ich gehe hinterher. Lederdorf. Schwimm. Schwimm. Hütergeschein. Ach, ach. Ich sage dir, ich will mir noch mal ein Video angucken, wie man die Raids macht. Also ich bin gerade durchgekommen, ich habe mich unten aber dezent erschrocken, weil ich erst mal realisiere, du siehst erst mal gar nichts und dann realisiest du, dass du weiter nach vorne... LOL. ...dass du weiter nach vorne musst. Du musst einfach nichts drücken. Hell, das ist ja voll easy. Wenn du jetzt schießt, gehen wir beide drauf. Was? Bin leben geblieben, Mann. Meanwhile... ...klapp auf, der Scheiß. Da kommt jemand. Hey, den habt ihr. Den habt ihr. Das knackt hier. Ja, drauf, da. Der ist immun. Kommt schon. Nein. Ach, mies. Der hat mich geboxt. Der ist neben Kriegsmitte. Hey, jetzt müssen wir aber hier unseren Ausschi flaschen. Mach das fies fertig, Alter. Und falls das Portal offen ist, dann muss jemand von uns rüber. Ja, das Portal ist offen. What go on shot it, Alter. Jungs, Jungs. Noch eine Minute. Ja! Der Urzeitler ist gefahren. Oh, 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 oh. Was ist los? Alter, der eine sagt, Jungs, wenn ihr Portal offen ist, wir müssen rüber. Ich denke mir, Jungs, scheiß drauf, wir müssen es einfach fertig machen, Mann. Ey, das war so ein Klopf. Alter. Hat da jeder Schuss gezählt, ey. Oh, jeez, Digga. Was die Sprengladung aktiviert, strammel dein Team zusammen. Nein, ich will und ich sterbe. Oh, meine Leiche, wuhu. Alter. Jungs, meine Leiche ist überall gepackt. Oh mein Gott. Ey, Lennart. Ja. Guck mal mein Schiff an, Digga, was ist das für ein Gerät, Alter. Sag nicht, du hast gerade das krasse Schiff bekommen, das neue. Frohe Kunde. Ach, du Duddy. Was? Jetzt geht hier schon wieder komplett rein. Warum bekommst du das direkt? Er bekommt irgendwie immer das neue Schiff. Oh Gott. Hahaha. Du Duddy. Weihnachtsupdate, ich gebe ein neues krasses Schiff, Kim, erstes Mal und ziehe ich. Wo ist los? Ja, easy. Oh, lol. Junge, jetzt dieser Drop rechts und fünf Items gekriegt, jetzt hier noch blau ist. Boah. Das sah lecker aus, ey. So, erst mal klippen, ne? Stillen Moment. What? Ich hab neun Sniper für sich drauf gesetzt. Alter. Noll? Noll? Was? Hahaha. Wie geil. Haha. Ne, das glaubt mir kein Mensch. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Das wirst du nicht müssen. Haha. Uldrensor gehört mir.